Männer vorm Spiegel Was nüchtern betrachtet nur einige Quarze mit Wasser sind, sorgt alltäglich für erste Irritationen am Morgen. Nicht nur bei Frauen. Jetzt nur nicht das Licht anmachen. Du kennst doch den Weg. Scheiße! Na zumindest hab ich den Türrahmen schon erreicht. Und noch bevor man sich zur Blasenerleichterung auf das WC begibt, schaut man mit dem Restlicht des Treppenhauses in den Spiegel. Das, was man erkennt, gefällt einem. Denn man sieht ja nicht viel. All das, was Gene und Leben fabriziert und in einem Gesicht manifestiert haben, verschwindet im Dunkel der Nacht. Aber spätestens nach einem Moment der Ruhe und mit der Gewissheit, eh wach bleiben zu müssen, greift man zum Lichtschalter, um beim Händewaschen einen zweiten Blick zu riskieren. Obwohl die Zahnbürste auch ohne Licht den Weg finden würde. Irgendwie ist man ja trotzdem neugierig auf das. Was einen erwartet. Obwohl man es ja eigentlich wissen müsste. Schließlich ist gestern nichts passiert, was die bekannte Erscheinung fulminant von der heutigen differenziert. Als dann das kalte, abstoßende Hell der Deckenleuchte alles gnadenlos zum Vorschein bringt, was man bis vor wenigen Minuten noch erfolgreich ignorieren konnte, überkommt auch einem Mann die Nüchternheit, die angeblich nur Frauen kennen. Die kleine Falte am linken Auge, die gestern noch nicht zu sehen war und schon aus Prinzip nicht vom Lachen kommen konnte, fällt als erstes auf. Dann die Mitesser unter selbigem Auge, die kleinen schwarzen Flecken, drei an der Zahl, die aus Kohlenstoff bestehen, der es sich in einer offenen Raucherpore gemütlich gemacht hat. Ich muss mal wieder eine Gesichtsmaske machen. Heute Abend direkt. Am besten gleich zwei. Ganz der männlichen Logik folgend. Viel bringt viel. Und wenn man schon mal dabei ist, so genau hinzusehen, wird es plötzlich ganz deutlich, der Haaransatz ist auch schon wieder mindestens einen Zentimeter nach oben gerutscht. Mindestens. Und sind das auch Falten am Hals? Kann es sein, dass die Spannkraft der Haut über dem Adamsapfel nachgelassen hat? Wird sie gar schlaff? Direkt wandert der Blick auf die Hand, um nach Altersflecken zu suchen. Und selbst wenn es wird jetzt so lange geschrubbt und zur Not gepult, bis diese Flecken verschwunden sind und es rot wird. Wenn es das tut, kann man es immer noch auf einen Pickel schieben. Und Pickel sind ja bekanntlich ein Symbol der Jugend. Pickel? Gut. Altersflecken? Schlecht. Jetzt erst einmal unter die Dusche. Ah, herrlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die künstlichen Aromastoffe des Reinigungsgels duften so intensiv nach Maskulinität, dass man sich fast in sich selbst verlieben könnte. Gut. Der Anblick nachher nackt vorm Spiegel lässt einen wieder ernüchtern. Aber ein Griff zum Pullover, zack. Den Bauch sieht kein Mensch mehr. Und jetzt noch heimlich eine Erbsengröße Make-up von der Frau ins Gesicht und die Brille auf die Nase. Perfekt. Gut gelaunt geht es dann in die Küche, wo man schon freudig erwartet wird. Guten Morgen, Süßer, du siehst heute gut aus. Das geht runter wie Öl. Reifst du mir denn die Kaffee? Klar. Und das sogar mit ganzer Manneskraft. Beim Vorbeugen schaust du ihr heimlich nicht nur in die Augen und erkennst wieder, in welch tolle Frau du dich einmal verliebt hast. Bis sie den Mund aufmacht. Sag mal, ist das Make-up in deinen Haaren? Bis zum nächsten Mal. Ich schaue dich.